Immer wieder schön zu sehen, dass der Hammer richtig viel bringt. Das hatte ich befürchtet. Guck mal, die können wir direkt rekrutieren, kommt mit. Ach so. Entschuldigung. Alle noch in einem Stück? Wir suchen nach Echo Five. Das sind wir, Sir. Maden haben uns angegriffen, ein Stück die Straße lang. Kamen aus dem Nichts. Alles klar, ihr kommt mit uns. Suchen wir eure Leute. Hoffen wir mal, dass vom Trupp noch was übrig ist. Okay, wir sind jetzt schon mal zu viert. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass wir jetzt zu viert sind. Verflucht. Niemand mehr übrig. Wir sollten uns den Ort des Hinterhalts ansehen. Vielleicht finden wir eine Spur von den Gears. Okay. Ähm. Damit hallo. Okay. Wir gucken uns jetzt. Die habe ich nämlich vorhin schon gesehen. Haben wir hier irgend... Da. Okay. Hier ist noch eine. Okay. Okay. Ich glaube, mehr sehe ich jetzt gerade nicht. Gut. Wir sind zu viert. Da sollten wir uns auch taktisch aufteilen. Das heißt, mit Dias werden wir... Ich glaube, mit Dias flankieren wir. Ne, da steht ja scheiße. Warte mal, wir machen es. Ich weiß halt nicht, von wo die jetzt kommen. Aber ich denke mal jetzt von vorne. Auf dem Weg. So. Das heißt, du gehst erstmal hier hin. Immer noch Maden hier. Macht sie platt. Hättet verschwinden sollen, als ihr die Chance hattet. Okay. Du gehst hier hin. Ja. Okay. Er hat eine Minigun. Minigun ist doch schön. Du gehst mal hier hin. Und... Ah, okay. Da sehe ich ja schon zwei. Ähm... Bringt das was? Oder warte mal, kann ich den... Klappt das noch? Ne, klappt nicht. Ja, okay. Dann... Ja, gut. Dann mach dann erstmal das hier. Überwache die Umgeber. Gib erstmal Feuerschutz. Und du gutst... Pjoa... Du bist eine Nahkämpferin. Eine Shotgun, ne? Äh... Komm, Madame. Du gehst mal hier mit hin. Steht... Sie steht zwar jetzt total scheiße. Ich weiß. Aber egal. Wisst ihr, was ich gerade gedacht habe? Hier sind wirklich nur... Hier sind wirklich nur zwei. Okay. Ähm... Moment. Wir machen das jetzt mal anders. Ihn schicken wir mal hier hin. Dann... Den dran. Und... Machen das mal so. Augen aufs Ziel. Ja. Aha. Gut. Redburn 72. Das können wir machen. Okay. Gut. Da haben wir die Flange schon mal geschützt. Jetzt ist die Frage... 10%. 10%. 10%. 10%. Ja gut. Dann töten wir ihn. Shit. Nur noch eine Kugel. Ich wollte gerade sagen, wie kann man da daneben schießen. Okay. Verstanden. Kiste aufnehmen. Könnte was Gutes sein. Mh... Kann die hier hin? Ne. Aber die kann ja schon mal... Die kann sich ja schon mal... Hier schützen. Das ist okay. Funden Truck voraus. Wollen wir den Rest von Echo 5 finden? Sollten wir dort mit Suchen anfangen. Okay. Das ist halt hier nur eine Holzkiste. Ne. Die wird uns nie lange... Vielen nützen. Geh du mal hier hin. Dias und guck mal. 52. 17. 22. Ja komm. Versuchen wir mal. Als ob ich jetzt den Typen da hinten getroffen habe. Okay. Sehr gut. Das ist okay, was die erstmal machen. Machen wir was draus. Ach der hat nur eine Heilgranate. Okay. Jetzt ist das Problem. Warte mal. Drei von drei. Wenn ich hier hinlaufe. Das ist Mist. Fast keine Munition mehr. Hab keine Munition mehr. Okay. Lad mal nach. Zur Stelle. Alles nachgeladen. Okay. Der ist zum Glück noch nicht im Wirkungsbereich. Das heißt, wir können jetzt schön gedroht auf den. Als ob der nicht. Also komm. Ich hör zu. Okay. Dann machen wir so. Und mit der gutsten werden wir einfach weiterlaufen. Die ist ja eh mit der Shotgun Nahkämpferin. Und mit ihr werden wir einfach versuchen von hinten drauf zu gehen. Mal gucken. Also bortwörtlich drauf zu gehen. Wir gehen nämlich drauf. Okay. Das ist okay. Das ist auch okay. Erledigen wir das. Warte mal. Wenn ich mit ihm. Ich könnte so. Ich könnte bis zu ihm gehen. Habe ich natürlich den Nachteil, dass sie zwei Nasen auf mich schießen können. Machen wir auf den Weg. Wir riskieren es einfach mal. Warte auf Befehle. Ähm. Hörer klar und deutlich. Eins. Das heißt. Auf dem Ballon. Dann. Dann. Brauchen wir das? Kann der Bayonettangriff nicht auf. Okay. Geradeaus. Ja logisch. Ne. Ähm. Fass mal auf. Wir riskieren jetzt mal was. Mal sehen was wir hier haben. Und ballern mal auf den. Mal gucken. Oh. Okay. Hat sogar funktioniert. So. Sehr schön. Ähm. Das sind halt hier wieder Holzkisten. Die nicht so viel bringen. Gut. Schick mal. Schick mal hier hin. Ist okay. Die gutste. Was. Mal gucken ob das funktioniert. Ob ich denn jetzt mit der Shotgun her los. Das geht nicht. Das geht aber. Da würde ich mich ja selber verletzen. Machen wir das mal so. Alles im Blick. Ich glaube er trifft mich. Mal gucken. Okay. Hat funktioniert. Genauso sollte es aussehen. Ähm. Mit ihnen machen wir jetzt erstmal nix. Weil ich will. Laufe los. Ich möchte erst den Feuerschutz unterbrechen. Ne. Halt. Kampfunfähig machen. Ah. Jawoll. Und jetzt. Können wir. Hinrichten. Was ich auch nie will. Machen wir es so. Okay. Ich denke mal. Von vorne kommen wir jetzt noch welche. Ähm. Ja gut. An sich könnte man die auch einfach liegen lassen. Den töten wir mal. Ja. Arschloch. Du bist Geschichte. Okay. Und dann die. Gibt es eins an. kleine entschädigung. Ja man geht mal hier hin. Elk. Die Diaschuh. Okay. ich weiß nicht ob hinrichten die sterben gleich also okay zur sicherheit können wir noch mal nach hinten der vier punkte ich habe den turm schon die ganze zeit gesehen man kann auch bestimmte hoch oder bin ich jetzt oben ja klar versuch es mal maden haben diese hier ist überrascht zumindest ihre tags bringen wir nach hause okay er kommt schießt auf den ach komm lass es einfach sein lad einfach nach dass das war nix und der 1 ist vorbei aber die maden sind noch drin grab durch beim funktruck ein ich würde sogar schon fast sagen wir können ja so lassen erste mal gerade am überlegen aber zwei indirekt könnten ihn vielleicht noch ein bisschen und zwei in die richtung ich weiß halt nicht aber sicher ist sicher wir können das erst mal so machen ich weiß halt gerade nicht von wo aus zu kommen ja mach mal machen wir erst mal so so okay und die aus jahr machen wir machen wir in die richtung jetzt bin ich gespannt erger im anmarsch maden auf zwölf uhr ach so ich dachte es kommt voll der krasse trailer mensch habe ich schon mal gesagt dass ich kriecher absolut hasse erledigen wir das warte auf befehle aber wir können ja einfach mal eine kanale hinwerfen tschüssi tschüssi ohm warte auf befehle pass mal auf wir lassen die mal so ich höre und den lassen wir auch mal so und ich würde sogar schon fast meinen dass wir das mal so lassen ne warte mal die aus nach hinten nach hinten so ich halte die augen offen vorne schaffen wir erst mal so habe alles zufrieden danke so mag ich habe sehen wie sie der leute ist das loch gefallen aber ich bin auch ein bisschen doof ich hätte einfach ins loch eine granate werfen sollen warte mal werfe granate ausgangsloch wurde erledigt ok nachladen nachladen das gibt ziel neutralisieren das boom gemacht ja ich weiß es halt nicht auf die aus ich traue mir erst mal vorne nicht guckst einfach weiter nach innen auch wenn ich langsam das gefühl habe dass hinten nichts kommt aber ist egal du machst einfach irgendwas fast keine ist es gerade eine ernst jetzt treffauer madame ok schlachtfeld gesäubert augen auf da kommt noch eine welle ich habe es gesagt ich konnte mir irgendwie vorstellen dass dann die leute irgendwann von mir was abartiger kriecher nahkampfjäger macht andere krieche schwerer zu treffen das heißt den müssen uns unbedingt aushalten der ist ganz wichtig aber die sieht auch der sieht auch sehr sehr natürlich aus aber was machen wir uns auf die socken ach so mit denen habe ich ja nur scheiße mit denen habe ich ja nur heilgranaten 41 37 äh scheiße ne warte mal pass mal auf gehen wir mal ein bisschen weiter weg mit ihnen habe ich halt auch keine granate mehr ne mit ihnen aber woher kann 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 man soweit werfen wäre glaube sinnvoller wenn ich noch ein bisschen näher kommen das heißt wir machen es erst mal so ja du musst jetzt ganz schnell nachher du musst jetzt wieder hier ganz schnell her kommen ich brauche ich jetzt hier vorne meine gutste ich weiß halt nicht ob ich jetzt einfach hier stehen lassen sollte eigentlich nicht ne sehr dumm wenn ich so das mache machen wir mal hierhin gehen wir mal hierhin und deck mal die seite hier so ab mal gucken ob das funktioniert und ich habe vergessen meine facecam da anzumachen aber ich kann jetzt eine granate werfen ich habe vorteile irgendwie die machen aua gut aua aua die wir nehmen erst mal die vier hermit erwischt okay dann wir müssen echt gucken dass wir die aus daraus retten und die aus werden wir mal weiter nach hinten verschieben und wem hat er jetzt also hier von denen okay ja gut nur noch eine kugel kann man das nicht treffen jetzt mal ohne spaß treffe das dann gerade erledigt okay sie tarnung die was diese einheit das kann ich so schlecht eigentlich warte mal was mal auf jetzt ist die frage scheiße laufen ist eine aktion das war ja sehr schlau von mir schweiz die es machen wir uns auf die sorgen halte ich mal bitte das ist ja da der der absolute oberhammer ne jetzt noch mal anders so der gibt absolut beschissen feuer schutz aber egal nachladen okay und du gibst jetzt mal bitte hier wieder feuerschutz so an mir kommt niemand vorbei jetzt kommen die gute die baller denken ja nie ganz hat ein bisschen funktioniert sollte ein bisschen anders funktionieren aber ist okay das ist noch ein griecher jetzt ohne spaß habe ich nicht mitbekommen dass das noch ein griecher ist okay und jetzt versuch mal auf dem zu ballern danke danke und jetzt müssen wir uns mal hier um griecherleinkümmerung okay das waren alle und jetzt was ist hier passiert ich glaube das hat soweit ganz gut funktioniert jetzt das ukon vernichtet die aufräumtrupps was zum emulsion er hat nicht alle getötet schleifspuren sicher dass sie noch leben die toten treten nicht wenn wir glück haben wird taktik kommen sie auch da hast du noch nie left for dead gespielt und da sind sie ja los okay wir haben ein paar kisten eingesammelt ich denke mal wir haben naja wir haben bestimmt wir haben nicht alle eingesammelt aber immerhin wir ein paar eingesammelt ach so dann geht es direkt zur nächsten mission dann sage ich jetzt schon mal bis zur nächsten folge sein haut rein und ne eben nicht jetzt sind wir hier ja gut wenn man sich damit auskennt okay ey jacky boy cool wir haben jack dabei das ist dass das freut mich so jetzt gucken wir erst mal an die selben kiste an ja ok 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 das ist auch nicht schlecht das ist ok jacky boy jacky boy wie geil ist das denn das jack jetzt wirklich hier cool ey moin wie geht es mein guter lange nicht mal gesehen lang lang ist es her ähm nee wir lassen den mal auf den heilgranaten würde ich sagen aber ihm geben wir die stiefel ja das ist ja unser hauptcharakter der kann ruhig ein bisschen mehr aushalten und ja gut die fähigkeit ist es die frage ähm wenn wir die fähigkeit auf dias drauf machen finde ich eigentlich scheiße machen wir nie stecher ok hier ändert sich aber nichts gut ok wo kann ich sein ach hier oben seine fähigkeiten ok 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 ähm das haben wir ja das würde ich gerne auf level 2 machen wollen kann man hier drauf klicken oder sagen wir es auf level 2 machen das ist doch nicht so schlecht kommen dann ok 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 und mehr habe ich ja nicht so da haben wir dir schon mal verbessert redburn 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 haben wir ja schon mal ein bisschen bearbeitet äh wenn diese einheit einen gegner mit der fähigkeit äh bayonet angriff tötet erleiden alle verbündeten in diesem zu 20 prozent weniger schaden wieder mit der fähigkeit wihm mit der fähigkeit ab nirgs ein riesiges ja okay okay wir können aber auch hier die waffe noch mal verbessern er hat natürlich jetzt dadurch nur noch drei schuss aber mit mit der munition immer präziser deshalb nehmen wir die munition mit drauf und das ist die frage ob wir ihnen das geben immer ganz kurz gucken moment ob wir ihnen das auch geben können so so dass nehmt richtige trefferschance ist immer gut das auch alles auch gut das ist das nicht schlecht okay das wird unser frontmann jetzt muss ich mal ganz kurz gucken ok das teleskop zielfernrohr ist immer noch da gut dann machen wir das hier drauf und ja da haben wir jetzt erstmal alles soweit eingestellt alles bearbeitet und damit sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin haut rein und tschüss